Folge 6, Kontrast. Ihr seid immer noch richtig, wir sind auf dem Weg zum Karussell, um das Karussell einzuschalten, weil wir haben jetzt genug Kugeln erstmal, genug Orbs, genug Leuchtkugeln. Und ja, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Yeah! Da oben ist noch eine Leuchtkugel, ich seh's gerade. So, repariere das Licht an der Spitze. Ist unsere nächste Aufgabe. Dann gucken wir mal, wie kommen wir denn, oh, da ist auch noch eine Leuchtkugel. Seh ich jetzt erstmal. Sehr schön. 4 von 15 haben wir. Und ich glaube, hier fängt's an. Und dann werden wir hier mal... Neue Fähigkeiten im Schattenmodus zum Durchbrechen. Dünner Schatten, ja, das wissen wir ja. So, dann werden wir mal hier... Uh, pala. Sehr schön. Oh. Das war falsch. Wo sind wir denn jetzt hingesprungen? So, also. Probieren wir das Ganze nochmal neu aus. Bis jetzt war der Weg ja... Bis jetzt... Hallo? Bis jetzt war der Weg ja ganz richtig gewesen. Und war auch soweit korrekt. Oh, hier ist noch eine Leuchtkugel, seh' ich gerade. Die hätten wir beinahe übersehen. Ah, Mist. Hm. Das ist gar nicht so einfach. Das sieht einfacher aus, als es ist. Oh, hallo. So, probieren wir es nochmal aus. Also, nochmal hierhin. Hoppala. Ganz sachte und vorsichtig. Ich frag mich, wie... Nein, das ist falsch. Hm. Ist gar nicht so... Gar nicht so easy... Easy going. Wie das aussieht. Also zumindest die eine Stelle dort. Huch. Geht es denn so tief, dieses Pferd? Das ist ja noch einfach. Na, aber hier, diese Stelle... Oder müssen wir... Nee. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung dort. Vielleicht muss ich die Kamera auch so verwinkeln, dass... Das wird ein wenig... Nee. Sie springt aber auch nicht in diese Richtung. Das ist aber sehr merkwürdig. Das ist eine sehr, sehr merkwürdige Stelle gerade. Ah, fuck. Das war falsch. Hallo? Springst du da rauf? So, sehr frustrierend gerade. Nein, natürlich nicht. Ähm. Ich frag mich, wie wir da rüberkommen sollen. Hm. Ist aber komisch. Aber ist doch der richtige Weg. Also, würde ich jetzt mal vermuten. Ich guck nochmal gleich. Hallo? Wah. Ja, wir müssen definitiv da langen, weil... Woanders geht es nicht lang. Auf keinen Fall. Und hier irgendwie großartig irgendwie hochspringen können wir auch nicht. Nee, sie springt aber auch nicht in die Richtung. Hm. Woanders lang kommen wir ja hier nicht, ne, oder? Nee. Das ist schon richtig. Aber irgendwie springt sie nicht... ...über ihren eigenen Schatten. Boah. Was ein Wortspiel. So. Wee, riding cowboy. Get along, little doggy. Ich weiß. Little ponies. So. Schauen wir nochmal. Probieren wir es nochmal. Ah, fast. Jetzt hat es fast geklappt. So. So. Nehmen wir nochmal in den Schatten rein. Und gucken nochmal, dass wir hier nochmal schnell wie möglich... Uah. So schnell wie möglich durchkommen. Hallo? Oh, da sitzt sie. Ah, vielleicht müssen wir... Ah, okay. Vielleicht müssen wir auch auf sie warten. Ich verstehe. Okay. Das kann natürlich gut sein, dass wir auf sie warten müssen an dieser Stelle. Jetzt komme ich noch niemals darauf. Ist denn sowas möglich? Wuhu, weee. Yay. Was für ein Spaß die, die gerade hat. Ach man. Das gibt es doch jetzt nicht. So. Vielleicht müssen wir auch wirklich auf sie jetzt warten hier an dieser Stelle. Dass wir da vielleicht hier über die Lampe springen können. Dass das dann vielleicht funkt... Ja, das könnte funktionieren. Dass wir dann vielleicht auch oben diesen Ort bekommen. Diese Leuchtkugel. Ich frage mich nur gerade, wann sie jetzt hier auftaucht. Weil dann ist der Schatten ja hier auf jeden Fall höher. Das kann gut sein. Da kommt sie auch schon. Gucken wir mal, ob das wirklich das Rätselslösung ist. Ne? Ne, aber anscheinend... Anscheinend ist es nicht das Rätselslösung. Wir kommen auch so hier nicht irgendwie weiter. Hm. Das ist aber merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. So. Da kommen wir an dieser Stelle einfach nicht weiter. Das gibt es doch nicht. Puh. Hm. Also ein schweres Rätsel jetzt. Also schwieriger als wie der Fahrstuhl. Kann das ja nicht sein. So schwierig ist es ja auch nicht. So, probieren wir es nochmal aus. Vielleicht müssen wir doch auf die, die warten. Warten wir nochmal und springen dann mal rüber. Vielleicht bringt das ja was. Ich sehe, es ist aber auch sehr merkwürdig, dass... Ah, jetzt vielleicht. Nein, das bringt gar nichts. Okay. Das ist ja verdammt schwierig jetzt hier. Hier kommen wir auch nicht weiter. No. Okay. Das muss auf jeden Fall in diese Richtung sein. So. Dann schauen wir nochmal. Weil bis jetzt ist ja alles... Wow. Fuck. Bis jetzt war ja alles soweit soweit korrekt. Auch mit den... Mit den Rätseln, wo wir da lang müssen. Hallo. Sprich. Sprich. Hallo. Okay. Das war ein Fehler. Springen wir dann nochmal auf. Nochmal hier rauf. Dann nochmal hier rauf. Oder auch nicht. Ach je, 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 je. Das ist jetzt so ein... Come on, little doggies. So. Also nochmal von vorne. Es kann ja nicht sein. Wir müssen ja quasi einfach nur... Sie springt aber auch nicht in die Richtung da. Entschuldigung. Das gibt's doch nicht. Hallo. Hm. Merkwürdig, merkwürdig. Ne. Wir kommen da nicht weiter. Das gibt's doch nicht. Schon wieder ein Rätsel, wo ich nicht weiterkomme. Wie peinlich. Wie peinlich ist das denn? Hä? Aber es kann doch nicht so schwierig sein, jetzt hier weiterzukommen. Das ist doch... Das ist doch irgendwie, ne? Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. Ähm... Ach, toll. Super. Hm. Probieren wir es nochmal in Ruhe aus. Ganz ruhig. Reflex. Ganz ruhig. Sorry. Ne. Wir kommen da nicht hin. Wir kommen da nicht hin. Ich weiß nicht warum. Tja. Tja. Ja, um dünne Schatten zu durchspringen, das wissen wir ja, aber... Ne, sie kann da... Sie springt da einfach nicht durch. Tja. Was sollen wir tun? Sie springt da einfach nicht weiter. Vielleicht ist es auch gar nicht richtig, aber... Ich vermute, dass es richtig ist, aber... Hm. Aber wo sollen wir denn dann anschließend da eigentlich hin? Weil wir müssen ja hier auf diesen... Wuhu! Wee! Yay! Wuhu! Wee! Yay! Voll am freuen. Sorry. Aha, sie kann sich an... Ah! Na, wer hätte das gedacht? Vielleicht so. Vielleicht erstmal hier rausgehen aus dem Schatten. Hm. Ich bin auch Banane. Ich bin auch Bananen-Joe. Bananen-Joe Murphy. Vielleicht erstmal jetzt hier rauf auf die Kante. Nein, das war falsch. Weil da oben könnten wir theoretischerweise den Orb dann holen. Jetzt weiß ich auch, wie es weitergeht. Vielleicht... Wir müssen ja immer wechseln zwischen Licht und Schatten. Natürlich. Ich bin aber auch bresig manchmal. Meine Güte. Hallo? Mann. So. Come on, little doggies. Das sind doch keine Hunde, die die... Wie lange ich jetzt schon hier rumgammel an diesem dämlichen Schattenrätsel jetzt gerade? Sorry. Naja, so dämlich ist es jetzt auch nicht. Entschuldigung. So, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung springen. Dann R2 drücken. So. Es gibt auf jeden Fall ein Feld, was höher springt, wenn ich das richtig gesehen habe. An der Stelle. Ah, Mist. Ist das richtig? Müsste doch theoretischerweise. Ah, vielleicht mit Didi. Vielleicht kommen wir mit Didi da oben hoch. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich gut möglich sein, dass wir mit Didi nur da hochkommen. Jetzt probieren wir direkt mal aus. Come on, little doggies. Da ist schon Didi vorbeigeflogen. So. Hallihopp. Hallihopp. Ups. Sorry. Wie sich auch immer wieder süß entschuldigt. Hehe. Die Kleine. So, dann warten wir hier mal auf Didi. Ja. Und hoffen mal, dass es richtig ist. Ich hoffe es mal. Ich hoffe mal. Wir springen einfach mal weiter, die Pferde. Sie müssen ja theoretischerweise gleich hier auftauchen. Weil ich möchte doch gerne diesen Lichtorb da oben mitnehmen. Diese Leuchtkugel. Da kommt sie auch schon. Ups. Sorry. War ich auf dem Weg? Ja, bleib ruhig oben. Dann kann ich nämlich da hochspringen. Wenn es richtig ist. Uah, nein. Fuck. Fuck, 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 fuck. So. Also nochmal. Uah. Sorry. Ach, Mist. Hallo? Springst du da wohl hoch? Ist denn sowas möglich? Real run. Aber wie kommen wir denn da hoch? Kann sich denn an der Kante festhalten da oben? Äh. Okay, das war ein kleiner Fehler jetzt. Ein kleiner Bug. Da ich da jetzt nicht weiterkam. Diese Musik jetzt auch gerade. Diese total entspannte Musik. Ach ja. Das Karussell. Das hält immer wieder Spaß für uns bereit. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay, jetzt. Das müsste doch theoretischerweise mit Didi... Müsste es eigentlich funktionieren. Weil wir, ja. Aber vielleicht kommen wir auch erst da... Oh, nein. Vielleicht kommen wir auch erst da hoch, wenn wir dieses Licht in der Mitte repariert haben. Weil wir müssen ja die Spitze des Karussells reparieren. So, also, auf ein neues. Probieren wir das einfach mal aus. So. Also, auf ein neues. Oh, wie nett. Sehr schön. Da haben wir wieder ein Licht... Ein Lichtorb. Eine Leuchtkugel, die wir natürlich aussammeln. Damit haben wir schon mal 6 von 15. Und wir springen auf das Karussell und reparieren das Licht. Ah, jetzt kommen wir natürlich auch da wieder hin. Wunderbar. So, dann. Ah je. Ah je. Welche Richtung müssen wir denn jetzt? Wieder hier lang? Ich glaube, wir müssen jetzt andere Richtung. Ah je. Hallo. Oh. Okay, das war falsch. Oh, das war sehr knapp. Huh, jetzt sind wir da oben. Ah, okay, das sollte also nicht so sein. Jetzt ist es richtig. Und wir haben eine Leuchtkugel. 7 von 15. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, lang. Nein. Falsch. Ach, wisst ihr was? Ich beende das Ganze einfach mal hier. Und wir sehen uns in einer weiteren Folge. wieder bei Contras mit den schönen Licht- und Schattenspielchen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und ja, macht's gut. Bis demnächst. Tschüss.